Vor knapp einem Monat haben wir unsere VIP-Lounge geliefert auf unserem Balkon aussen. Es ist leider noch ein bisschen leer. Wir haben noch recht viel Platz, um weitere Sachen rauszustellen. Der Grill kommt sicher bald. Auch noch Tisch. Aber das Wichtigste ist die VIP-Lounge. Die letzten paar Wochen hat nur geregnet. Und wie ihr seht, ist es immer noch top. Wir haben es nicht mehr drin. Das Wasser perlt einfach ab oder sichert durch. Die Lieferung und die Montage kommt. Es wird aufgedreht, zusammengesteckt. Ich musste nichts machen. Danke nochmals für diesen super Service. Ein Tisch. Das ist schwerer. Es windet sich nicht gleich davon. Wie ihr seht, ist es mega soft. Wie gesagt, ich liebe meine VIP-Lounge. Ich wünsche, ich könnte den ganzen Tag darauf verbringen. Aber leider muss ich jetzt wieder zurück ins Homeoffice. Tschüss VIP-Lounge. Bis bald. Bis heute Abend und Bierabend. Bier und ihr geniessen hoffentlich die Sonnennacht. Kurz.